Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Wir streiten und kämpfen ein Lieber. Ja, hallo Leute, hier wieder euer Doso mit Let's Play Skyrim, die unendliche. Wir sind hier bei der Freilung von Espern, den alten Couch da. Großvater hat einen Helm dabei. Wir sind da echt cool am Kämpfen. Ich meine, alle außer mir. Wisst ihr, wie wir hier rauskommen? Aber natürlich. Der Rattenweg kann nur für Neulinge etwas verwirrend sein. Bleibt in meiner Nähe. Okay, egal. Ich habe da hinten ja noch jemanden liegen sehen. Oder? Ne. Wir schauen, dass wir hier rauskommen. Da, wen hat denn der Talmatzauber? Wer ist denn das? Ah, das war die. Die hat immer gesprochen im Hintergrund, ja. Könnt ihr euch erinnern an die? Hat immer einen Reim aufgesagt. Ja. Okay. Wir werden da hinten gleich einmal unsere Jungs spawnen und dann geht es da weiter. Rattengewölbe. Folgen wir unseren alten Fuchs. Ich habe ja viel lieber Lust, mit den Schwertern zu kämpfen, aber, wie gesagt, ja. Wir brauchen da noch ein paar Erfahrungspunkte. immer in der Magie der Zerstörung. Verflickst nochmal. Wo waren wir da? Da hinten rein. Und da geht es weiter. Ja, genau. Da passt es ja auch. Da haben wir ja schon aufgeräumt einmal. Und der alte Fuchs ist ziemlich rasch unterwegs. Scheint mir fast zu rasch. Da liegen unsere Gegner schon vom letzten Mal. Ja. Ups, links, gell? Ja. Und da rechts. Und um die Kurve. Und dann müssten wir auch schon wieder draußen sein. Da haben wir die Axt erwischt, genau. Also, Leute, ich muss schon sagen, einen Orientierungssinn habe ich nämlich, ja, wie ein blinder Maulwurf in einer dunklen Höhle. Was ist denn das für ein Zeug hier? Eine Falle? Da sind meine Jungs reingelaufen, statt mir. Ich bin ja auch so ein faules Sauge. Ich lasse immer die anderen arbeiten für mich. Ja, aber wozu das ganze Gelernen der Zaubersprüche? Wenn man dann nicht, ja, was machen kann damit. Aber sollten wir dann die ganzen Master Spells in Zaubern haben, dann machen wir ja wieder Handarbeit, gell? Mit unseren Superschwertern und Äxten und was weiß ich noch. Vielleicht gibt es da noch die Möglichkeit, dann, äh, die... Die Schießkunst zu leveln. Jetzt frage ich mich, wer ist denn da? Unsere drei Jungs? Ja, El Pacino hat schon wieder, äh, den Geist aufgegeben. Gehen wir da raus einfach. Ruckzuck. Wir müssen Delfinen treffen, glaube ich. Aber was mir ein wenig spanisch vorkommt, ist, dass eben dieser S-Bean uns einfach so geglaubt hat. Hätte ganz viel anders sein können. Und die waren ja uns, ja, nicht gut gesungen. Dieser Zauber sieht gefährlich aus. Kommt mir bloß nicht zu nah. Ja, komm her mal. Dieser Zauber sieht gefährlich aus. Kommt mir bloß nicht zu nah. Die wollte uns töten, wie wir da reingekommen sind, ja? Die Bettler nehmen wir doch. Jetzt hast du nichts mehr zum Lesen, schade. Äh, ich bring dir aber andere Bücher vorbei. Kannst du da rausleihen. Ähm. Da sind wir. Ja, wieder mal falsch. Großvater heißt auch hier. Ist da jemand? Was ist denn? Was ist denn schon wieder? Verfranzen wir uns da schon wieder? Oh, Falle. Ja, mitten rein, gell? Wer ist denn das? Großvater? Da ist die Agentin der Klingen. Stötet sie! Wo, 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 wo? Ein Herausforderer ist in der Nähe. Wir sind da am Ziel. Da geht's ab. Ein Herausforderer ist in der Nähe. Leute, wir gehen einfach da weiter. Was war das? Ein Skiver. Bleib weg. Ja, Ratte. Lass es hin. Ihr habt schon verloben. Und jetzt werden wir nicht verstecken. Und jetzt werden wir da. Ups. Ah, das brauch ich jetzt. Das kann länger dauern, Leute. Kleiner Moment. Lass Angelegenheiten der Talmor eingestragen. Geschafft. Talmor, Talmor. Ich rieche Schrecken. Ich irrte euch. Gehör ich der Sterblicher? Ich ehre meinen Herrn mit eurer Vernichtung. Ein herraulich vorgereist in der Nähe. Was ist denn das? Kein Ernst zu nehmen, der Gegner. Steck bitte nicht alles in Brand, ja? Ist okay, ist okay, ist okay. Der Großvater hat jetzt auch mal, ja, wieder zugehauen. Ja, dann lass uns raus hier. Ich habe jetzt gerade mit dem Schlossknacken, ja, wieder ein paar Punkte gut gemacht. Bitte lass mich doch da durch, ja. Ja, danke. Und, ja, die könnten wir auch gleich belündern. Das sind ganz böse Typen gewesen. Und, ja. Da sind wir nicht rein, ja? Genau. Die zwei Jungs haben da auf uns gewartet. Die haben wir verschont mit dem Harmoniezauber. Und, jetzt sind wir gleich, ich schätze mal, gleich mal draußen, ja? Ich hoffe nur, geht's denn da weiter, verflixt nochmal. Hängemoos wäre da gewesen, seht ihr, Leute, ja. Ah. Schon wieder verfranst. Verflixt nochmal, Leute. Da waren wir schon. Da runter müssen wir. Da rein. Da ist die Ratte. Da müssen wir irgendwie rauf. Ja, es passiert da nicht mehr viel. Ich werde da einfach jetzt einen Ausgang suchen und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ja, aktivieren Hebel, ne? Das könnte aber sein. Ja, perfekt. Kommen wir wenigstens mal weiter. Also, ich weiß nicht, ob ihr hier schon mal wart, aber... Das sieht fast so aus, ne? Als ob wir es jetzt packen würden. Und raus da. Ja, rief dann. Heureka. Ja. Also, mit so vielen Leuten unterwegs zu sein, das ist schon ein wenig witzig, ja? Weil, ja, dieses Gewusel, da kommt man selber nicht mehr zum Stich. Von wegen, ja, Zerstörung leveln. Meistens haue ich uns in der Etras selber auf den Rücken mit irgendeinem Zauber. Aber, da sollten wir uns was einfallen lassen auf Dauer. Ja, aber hier. Suchen wir hier. Ja. Ihr könnt euch auch verabschieden. Ah, ich wollte euch nur zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Da hinten ist unser Alchemist, ja? Da, ne? El Cremes, Elixier. Der ist echt cool und gut drauf. Und da gibt es auch ein Zeichen der Bruderschaft, schätze ich mal. So, dann gehen wir mal rauf. Schauen wir mal auf der Karte nach. Wo unser nächstes Ziel ist. Ausgang, ja, wir müssen da gleich. Der ist schon vorgelaufen. Nämlich, ja. Da werden wir gleich hinspannen. Wir brauchen ja nicht. Und schauen, was der jetzt zu besprechen hat mit Delfin. Und dann hätten wir dieses Gewusel da auch hinter uns. Und ich schaue dann auch gleich einmal nach, wie es da bestellt ist, um den Zerstörungszauber, damit wir dann wieder mit Axt und Schwert kämpfen können, ja? Das wär's doch mal. Kommt auch stylischer. Im Freien in der Third Person. Die macht nämlich coole Moves. Die Tosita. So. Wieder mal. Ja, hallo ihr zwei, wie geht's euch? Ihr braucht etwas? Nö, nö, nö. Einen Schlüssel haben wir von deiner Hütte. Wir gehen einfach da rein. Ja, wie oft sagst du mir das jetzt, Schatz? Ich werde ihr eins geben. Das nächste Mal gebe ich ihr eins, dass sie Ruhe gibt. Sie ist nämlich die Tochter des Schmieds. Die ist nämlich eine Halbweise, weil wir zu blöd waren, den Drachen zu schnell genug vom Himmel zu holen. Regen mit Beland. Verflüxt. Delfin. Ha, ha. Schön, euch wiederzusehen. Es ist lange her. Es ist auch schön, euch zu sehen, Esper. Die Augen über. Es ist viel zu lange her, alter Freund. Viel zu lange. Nun gut, ihr habt es wohlbehalten hierher geschafft. Gut, komm, ich weiß, wo wir reden können. Orgna, übernimmt für einen Moment die Theke, ja? Ja, natürlich. Hier entlang. Sie ist schon eine coole Braut, gell? Mit Rüstung und Schwert hinter der Theke. Das muss ich auch mal probieren. So, ihr zwei Hübschen. Geht's ein bisschen schneller? Nein, wenig, schneller. Komm, Esper. So, schmieden wir Pläne wieder mal. Bitte lass mich doch vorbei. Oh Gott, oh Gott. Ich stell mich mal da an den Tisch. Nun denn, ich nehme an, ihr wisst Bescheid über. Oh ja, Drachenblut. In der Tat. Ja. Das ändert natürlich alles. Ja, komm her. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unser Ziel ist... Ich zeige es euch. Ich hatte es doch hier irgendwo. Esper, was? Geht mir nur einen Augenblick. Ah, da ist es ja. Seht her. Genau hier. Der Tempel der Himmelszuflucht. Erbaut um eines der wichtigsten Akaviri-Militärlager in Reach. Während ihrer Eroberungsfeldzüge in Himmelsrand. Wisst ihr, wovon er redet? Pssst! Hier haben sie Alduins Mauer erbaut, um ihre gesammelte Drachenkunde in Stein festzuhalten. Aha. Eine Absicherung gegen das Vergessen der Jahrhunderte. Eine weise und weitsichtige Vorgehensweise, wie sich herausstellte. Trotz des weitreichenden Ruhms von Alduins Mauer, immerhin eins der Wunder der alten Welt, kannte niemand mehr ihren Standort. Esper, worauf rückt ihr hinaus? Ihr meint, ihr wollt doch nicht sagen, dass ihr noch nie von Alduins Mauer gehört habt. Keiner von euch beiden? Tun wir einmal, als hätten wir noch nicht davon gehört. Was ist Alduins Mauer und wie kann sie uns helfen, die Drachen aufzuhalten? Alduins Mauer war der Ort, an dem die frühen Klingen alles festgehalten haben, was sie über Alduin und seine Rückkehr wussten. Teils Geschichte, teils Prophezeiung. Jahrhunderte lang blieb sie verschollen, aber ich hab sie wiedergefunden. Sie war nicht verloren, wisst ihr? Nun vergessen. Die Archive der Klingen enthielten so viele Geheimnisse. Ich konnte nur ein paar Bruchstücke retten. Abgeschlossen, sprich mit Esper. Also, dass Alduins Mauer und so wird, wie wir Alduin besiegen können? Nun, ja, wahrscheinlich. Wir werden es nicht genau wissen, bevor wir sie finden. Dann also auf zum Tempel der Himmelszuflucht. Ich wusste, ihr würdet etwas für uns haben, Esper. Ich kenne das Gebiet von Reach, von dem Esper redet. In der Nähe des heutigen Kartspitze im Flusstal des Karpflusses. Wir können euch dort treffen oder alle zusammenreisen. Sucht es euch aus. Okay, Leute, das ist wieder mal ein Cliffhanger. Lassen wir es dabei. Wir werden das nächste Mal dann mit Delfin weiterreden. Und, ja, hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ein wenig konfus ist das jetzt schon geworden, gell? Wir werden das aber das nächste Mal... Seht ihr? Der Großvater bagert Delfin an. Das kann ja nicht sein. Ich muss mit dem ein ernstes Wörter drehen. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich weh euch, dass Drachenblut naht. Der Großvater. Zum Licht war das Dunkel. Es lebt die Legende. Für wahr, für wahr, das Drachenblut ist da.